herzlich willkommen liebe leute zu meinem spontanen unboxing weil ich gerade mit einem kollege im mediamarkt war und habe mir eine wunderschöne logitech webcam gekauft da werde ich jetzt in zukunft die videos die horror let's plays wahrscheinlich mit webcam aufnehmen vielleicht auch fifa man weiß ja also wie gesagt ich habe die logitech die wurde jetzt gekauft hast habe ich mal gesehen bei einem anderen und also die ist echt also qualitativ hammer geil genau ist die logitech 10 920 wenn das euch was sagt das hat full hd videoauflösung in 1080p 15 megapixel foto dann carl size optik mit 20 stufigen autofokus zwei mikrofon und schnelle flüssige hd videos auf mehreren computer möglich genau ich kann es aber kurz auspacken ich kann es euch mal zeigen genau die hat einen usb anschluss auf jeden fall ja wie die meisten die kann man ja auch schwenken ok von oben nach unten ich glaube ne 360 grad geht es nicht also nur von oben nach unten aber mehr brauchen eigentlich 15 million megapixel schon sind schon ordentlich was hier noch handbücher das übliche was man dazu bekommt ziemlich dick eine cd ist nicht dabei und denke ich mal dass es einfach über das internet installiert den treiber genau das war es eigentlich soweit das war es zu unserem spontan spontan unboxing genau quasi ja und am nächsten horror let's play werde ich dann versuchen mit webcam aufzunehmen dann könnt ihr dann mein gesicht sehen wenn ich mich erschrecke ja du hast ein neues aufbauenprogramm auch genau ein aufbauenprogramm habe ich auch ein neues eine release action wenn euch das was sagt das habe ich übrigens auch also ich bin sehr damit zufrieden auf jeden fall du hast nur die standard version glaube ich ja genau ich habe die kommerzielle frage mich jetzt nicht was da der unterschied ist aber ja wahrscheinlich nur preislich ja ich weiß es nicht alles klar ok damit danke ich mich fürs zuschauen ich auch und wir sehen es dann im nächsten video